Das Wetter war nicht gerade einladend. Und doch waren gut 5000 Menschen Anfang Juli auf dem Münchner Stachus, einem der zentralen Plätze der Bayerischen Landeshauptstadt, zur Abschlusskundgebung des ökumenischen Netzwerkes Miteinander für Europa versammelt. Inmitten von Kräften, die den Kontinent zu spalten drohen, machten sich Christen stark für ein vereintes Europa. Einheit ist möglich. 500 Jahre Trennung sind genug. Unter diesem Titel wollten Engagierte aus mehr als 200 christlichen Bewegungen, Gemeinschaften und Werken ein Zeichen der Versöhnung und ein Miteinander der Konfessionen setzen. Neben den ermutigenden Botschaften von Papst Franziskus und dem ökumenischen Patriarchen Bartholomeus, waren es vor allem die Zeugnisse von gelebter Versöhnung von Bischöfen verschiedener Kirchen, die Zeichen der Hoffnung waren. Das ist, was hier passiert und heute Abend passiert, das ist, was ich wirklich hoffe und hoffe für in der Zukunft. Ich bin sehr glücklich und glücklich, dass es movements, communities, die für die Unität leben und arbeiten für sie. Cardinal Koch, was ist dein größter Schmerz? Und was ist deine Hoffnung? Ich leide heute am meisten darunter, dass es nicht wenige Christen... Die drei Bischöfe formulierten gemeinsam ein Gebet. Eine Bitte um Vergebung und um das Geschenk der Versöhnung. Ewiger Dreieiniger Gott. Eternal God, we are beggars. Again and again, our hands are empty before you and we ask you to fill us and we stand before you and we ask you for forgiveness. Herr Jesus, wir haben deinen Leid. Lord Jesus, we have divided your body and we haven't seen the whole of the body of Christ. We have had a very narrow view. In your presence we ask for forgiveness from each other. We have not loved one another, we haven't been truthful, we have given to the world a witness of disunity, of no peace and we are so sorry. Please forgive us so that we can forgive one another. Lord have mercy, we need ways, you build ways of trust, hope, bridges of hope and you give us new communities in the variety of our traditions and denominations. Amen. 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 Ein signer der Begründung und der Reconciliation wird ein signer, der uns für die Zukunft accompaniert. Wir folgen deinem Namen, wir sind eins, wir ehren dich alleine, und trennen kann uns keiner mehr, weil die Tiere... Dear friends, it happened. Reconciliation takes place. And it's wonderful, something wonderful happens always, where Reconciliation takes place. Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strom hatten als Bischöfe von München und gleichzeitig als führende Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche auf Deutschland-Ebene die Initiative und die Veranstaltungen in München aktiv unterstützt und ließen keinen Zweifel, dass sie bereit seien, mit der Unterstützung der Basis mutige Schritte in eine gemeinsame Zukunft zu gehen. Wir sind lauter Menschen, und das hat man heute den ganzen Nachmittag gespürt. Hier sind die Menschen, die mit all ihren Hörtern, die Christen in ihnen tragen, und Christen kann uns aber für eine Unität. Wenn wir sprechen über Christen, wir nicht über ein Protestant Christen, oder ein Catholic Christen, oder ein Orthodoxen Christen. Aber es ist der one Lord, der, wenn wir hören können, uns für eine Unität. Und wir können aber nur strive für eine Unität und carryen diese Unität in unseren Hörtern. Und wir haben das den ganzen Nachmittag. Und das ist warum dieser Nachmittag ist eine Nachmittag für mich. Für die erste Mal in der Geschichte, wir werden ein Jubiläe von der Reformation nicht für unsere eigenen Vorteile, sondern für das in der Spirit, das war wichtig für Martin Luther. Und wir wollen ein großartiges Feast von Christen, dass wir das nur zusammen machen können, weil wir wollen, dass Christen und Kardinal Marx, und ich, wir sind komplett ein in das. Und ich würde einfach gerne sagen, dass wir das Jubiläe von der Reformation, dieses Jubiläe von der Reformation, wir werden zusammen feiern. Die Worten, das ist zu stark für mich. Ich denke, wir sind nicht wirklich separatet, aber wir müssen zusammengehen. Und ich denke, diese Stadt und Europa sind uns zu bemerken, zu Christen zusammen. Und wie wir von den Jungen gehört haben, da ist noch viel Platz für das Gospel. Und wir gehen zusammen. Wir sitzen für wahnsinniglich, weil wir alle Gemeinsam animizieren, Wir sind alle Gemeinsam geezhalb Münster. Und wir müssen auch wiederholen uns inwei senate. Und wir sind alle GemeinsamJason. Wir sind alle Gemeinsam von Christen. Außerdem sind wir alle Gemeinsam selected. Das bedeutet, dass wir zusammenfdal subdivisieren, und wir müssen uns zu erinnern, in der Welt sind. Und das ist deshalb, dass wir gemeinsam gehen und gehen in diese Weise, damit am Ende 2017, vielleicht am Ende, es wird visibel sein. Wir können nicht die Christen separieren. Als konkretes Zeichen, dass Versöhnung der Weg zur sichtbaren Einheit ist, bekamen alle Anwesenden zum Schluss einen Schlüssel mit auf den Weg, um sich auch zu Hause immer wieder zu mutigen Schritten anspornen zu lassen. Schritte, durch die sich verschlossene Türen öffnen.